Stimmt Nein zur Kündigungsinitiative? Stimmt Nein zur Kündigungsinitiative? Sie attackiert den erfolgreichen bilateralen Weg zwischen der Schweiz und der EU und hat die fatal negative Folgen für unseren Unternehmensstandort, für unseren Wohlstand und für das gute Verhältnis, das wir haben und darauf angewiesen sind mit der Europäischen Union. crosser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0